Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du das Ereignis, das ich dir in diesem Video präsentieren möchte, nicht wirklich bemerkt hast, obwohl es ein Ereignis ist, das eine wirklich große Dimension hätte annehmen können. Aber wie das so häufig ist, bestimmte Dinge werden auf der Bühne ausgebaut und permanent präsentiert und andere finden einfach keinen Platz oder sollen nicht präsentiert werden. Namaste und Namaskar. Ja, am 28. September, das war der vergangene Mittwoch, da hätte es wirklich richtig, richtig krachen können, wenn, ja wenn, da nicht dann ganz schnell eine entsprechende Gegenmaßnahme ergriffen worden wäre. Darum soll es in diesem Video gehen. Bevor wir einsteigen, ich habe es eben schon gesagt, manche Meldungen, die werden richtig breit ausgewalzt und uns permanent präsentiert und andere Dinge, die werden eher versteckt gehalten. Und da könnte man sehr, sehr leicht dann auch den Schluss ziehen zu sagen, aha, das ist etwas, das war nicht eingeplant. Das ist etwas, das tatsächlich vielleicht außerhalb der Pläne geschehen ist und deswegen wird es versteckt. Könnte sein, muss aber nicht sein. Denn das, was ich dir jetzt erzähle, ist durchaus von einigen bemerkt worden, die nämlich in diesem Umfeld aktiv sind und ihre Aufmerksamkeit auf dieses Umfeld richten. Diejenigen, die im monetären System sozusagen unterwegs sind. Ja und dass dieses monetäre System extrem angeschlagen ist, ich denke, das ist dir sicherlich auch schon aufgefallen. In den letzten Tagen, in den letzten Wochen ist es wirklich massiv, massiv abwärts gegangen an den Börsen und es wird davon gesprochen, dass 36 Billionen an Werten verloren gegangen sind. Naja, das kann man auch ganz anders ausdrücken und diese Art von Formulierungen, die werden immer dann verwendet, wenn man ein bestimmtes Bild erzeugen will von bestimmten Zusammenhängen. Tatsächlich aber kann man das auch ganz anders interpretieren. Aber das soll nicht unser Thema sein. Aber die Stimmung ist schlecht. Das ist wichtig, dass dir das bewusst ist. Und das nächste ganz große Thema, Inflation, ist natürlich in dieser Kombination eine gefährliche Gemengelage. Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass die Zentralbanken hier üblicherweise in einem solchen Szenario, in einer Zwickmühle zu stecken scheinen. Auf der einen Seite, ja, gibt es eine Rezession aktuell, es gibt einen Einbruch an der Wirtschaft. Andererseits gibt es eine Inflation, also eine problematische Ausgangslage. Denn wenn man die Zinsen anhebt, verknappt man das Geld, wie man immer so sagt. Und gleichzeitig bräuchte man aber eben auch Geld, um bestimmte Dinge in Bewegung zu halten. Und man will natürlich auch die Wirtschaft nicht abwürgen, wie man sagt. Wenn ich dir das alles so erzähle, merkst du schon, dass ich das nicht so sehr ernst nehme, weil es sich wirklich um das Narrativ handelt, mit dem im Außen die Zusammenhänge aufgezeigt und erklärt werden. Aber trotzdem müssen wir dieses Modell natürlich betrachten, um auch jetzt diese Beobachtung verstehen zu können in ihrer Auswirkung. Was war also passiert? Die Bank von England hat vor kurzem angekündigt, wir hören auf mit der lockeren Geldpolitik. Wir verringern unsere Bilanz, um 80 Milliarden meine ich. Und wir hören auf, diese Geldpolitik so zu betreiben, wie noch vor kurzem. Wir hören auf, beispielsweise Staatsanleihen zu kaufen. Und wir werden die Zinsen noch massiv anheben in unserer nächsten entsprechenden Sitzung. Nun hatte man die Zinsen gerade angehoben und wir sprechen hier im Übrigen natürlich nicht nur von England in diesem Zusammenhang, was das Anheben der Zinsen betrifft, sondern in vielen, vielen Ländern oder Territorien sind die Zinsen angehoben worden. Das bringt natürlich durchaus auch eine Wirkung mit sich, die nicht ungefährlich ist. Und in diesem Falle ist das am Mittwoch, wenige Stunden eigentlich nach diesen Ankündigungen, sichtbar geworden. Und zwar im Zusammenhang mit dem Geschäft der Pensionskassen. Diese Pensionskassen sind nämlich sehr stark in Staatsanleihen investiert. In Deutschland müssen sie das zum Beispiel auch, genau wie Versicherungen. Da gibt es eine Vorgabe, wie viel Prozent in mündelsicheren Anlagen investiert werden muss. Und Staatsanleihen, die gehören dazu. Ja, in einer Zeit oder in einem Umfeld, in dem es sehr schwer ist, überhaupt Zinsen zu erwirtschaften, denke daran, bis vor kurzem gab es gar keinen Zins, es gab negative Zinsen. Sind diese entsprechenden Pensionskassen auf eine Art Geschäftsmodell gestoßen, das sehr gefährlich werden kann. Es werden nämlich diese Staatsanleihen, die gekauft worden sind, hinterlegt als Sicherheit, um dann mit den daraus resultierenden Krediten weitere Staatsanleihen zu kaufen. Aber in dem Moment, wo auf einmal das Thema Staatsanleihen problematisch wird, in dem Moment kann tatsächlich dann auch eine Spirale einsetzen, die wirklich sehr gefährlich ist. Wenn die Sicherheit, die hinterlegt ist, nicht mehr ausreicht, bekommen diejenigen, die in diese Situation geraten, einen Anruf von der Bank üblicherweise, die da sagt, Achtung, in ihrem Depot sind die entsprechenden Sicherheiten nicht mehr vorhanden für die Kredite, die sie in Anspruch nehmen. Also bitte Geld nachschießen. Und wenn das nicht funktioniert, dann bitte entsprechend aus dem Depot verkaufen. Und das ist ein riesiges Volumen, was in diesem Zusammenhang auf einmal dort unter Druck gerät. Man spricht da tatsächlich von über einer Billion, irgendwo zwischen 1,2, 1,5, 1,6 Billionen Pfund. Und wenn hier die Bank von England nicht interveniert hätte, also doch wieder Staatsanleihen gekauft hätte, diesmal von dem Pensionsfonds, dann hätte sich da eine massive Spirale in Gang gesetzt. Und das ist auch schon passiert. Also man kann das sehen entsprechend. Und es war sozusagen Rettung in allerletzter Minute. Was natürlich auch gleichzeitig passiert ist, man hat ein Signal gesetzt, dass das, was man vorher angekündigt hat, eben schon wenige Stunden später Makulatur wird. Gab es ja übrigens auch bei der Europäischen Zentralbank. Und da war es ganz ähnlich. Da musste man dann italienische Staatsanleihen schnell aufkaufen. Und hatte vorher gesagt, das machen wir nicht mehr oder nicht mehr viel jedenfalls oder kaum noch. Wenn ich das so sage, dann ist es für mich durchaus ein Teil der Show auf der Bühne. Das ist also nicht unbedingt etwas, das plötzlich passiert ist und nicht eingeplant war. Vielleicht ja, vielleicht war es tatsächlich so. Aber so kompliziert eine solche Entwicklung vorauszubrechnen, ist es letztendlich nicht. Im Grunde genommen weiß man um diese Risiken. Und ich hatte auch letztens schon davon gesprochen, bevor die Zinserhöhung bei der FED durchgesetzt worden ist. Das könnte ein Hinweis für uns sein, wie stark vielleicht das Tempo angezogen wird an bestimmten Stellen. Ich habe übrigens noch eine andere spannende Meldung für dich. Die ist ganz, ganz aktuell. Die ist wenige Dinge. Ah, nochmal ein Hinweis. Auf diesem Kanal gibt es ja prinzipiell mehr spirituelle, mehr energetische Themen als Wirtschaftsthemen. Warum spreche ich trotzdem von diesen Themen? Aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil das, was wir hier beobachten können, nichts anderes ist. Das ist als ein Zeichen, ja schon fast ein Symbol, durch das wir entsprechend dahinterliegende Strömungen erkennen können. Zum einen Strömungen derer, die hier einen Plan verfolgen, aber auch Strömungen auf energetischer Ebene. Und wenn ich diese Beispiele benenne, dann immer, damit du durch sie hindurch blicken kannst und die dahinterliegende Energie erahnen kannst, im besten Fall. Und ja, tatsächlich, diese monetären Strukturen, die eignen sich ziemlich gut. Zum einen schon deswegen, weil sie eben auch einen wichtigen Energiestrom repräsentieren. Genauso wie Strom, genauso wie Gas, genauso wie Erdöl. Es ist ein Energiestrom, der dieses System agierende ist, so wie es momentan geschieht. Und wenn man sozusagen ein Wehr nach unten kurbelt und auf einmal einen Kanal schließt, ja dann kommt da keine Energie mehr an. Und das, was wir jetzt erleben, ist die Kontrolle des Systems dadurch, dass man die Energie kontrolliert oder die Energie auch zu verringern scheint. Tatsächlich ist es die einfachste Methode, weil in dem Moment, wo sozusagen die Energie ausgeht, in der Folge natürlich die entsprechenden Entwicklungen sehr gut vorausberechenbar sind. Und wenn wir uns das Geld anschauen, dann hat das gegenüber anderen Energieströmen sogar noch einen Vorteil für uns als Beobachter, als Zeitzeugen. Wir können auch rückwirkend Entwicklungen anschauen. Wir können uns alte Charts anschauen oder einen Chart, der eben in die Vergangenheit weiß. Und wir können sehr gut minutiös Entwicklungen betrachten. Das macht eben diesen Bereich auch für den Beobachter durchaus attraktiv. Ja, das also nochmal als Hinweis, warum wir überhaupt uns mit solcherlei Themen hier beschäftigen sollten. Denn sie sind auch Hilfsmittel für uns, ein bisschen mehr von dem mitzubekommen, was tatsächlich passiert. Also kommen wir zurück zu meiner Prognose. Die Bank von England ist sicherlich in der Lage, entsprechend solcher Veränderungen auch Auswirkungen einzuschätzen. Man ist nicht so naiv, dass man sagt, das haben wir überhaupt nicht gewusst. Deswegen spricht man ja auch immer wieder von einer Zwickmühle, in der die Banken stecken. Machen Sie dies, dann geschieht möglicherweise etwas, was man nicht haben will. An der Stelle machen Sie das, dann geschieht es an einer anderen Stelle. Und das ist natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit, die hiermit entsteht, Begründungen zu schaffen, die alles erklären können, was dann schief geht. Wenn wir jetzt aber sehen, dass man doch nochmal wortbrüchig geworden ist, dann sind es gleichzeitig mehrere Signale. Zum einen ein Signal an alle, die den Markt beobachten, mit dem Hinweis, schau her, wie schnell hier was geschehen kann. Jetzt will ich das ein bisschen relativieren. Ja, die Bank von England ist heute nicht so bedeutsam, wie sie einmal war. Sie spielt nicht eine so große Rolle wie jetzt die FED oder auch wie die Europäische Zentralbank. Aber genau deswegen eignet sie sich ja auch besonders gut, um bestimmte Strukturen hier auf- und erscheinen zu lassen. Außerdem sind natürlich diese entsprechenden monetären Strukturen so eng miteinander verzahnt, dass es ausreicht, einen kleineren Akteur in Bedrängnis zu bringen. Und hier sei an die Lehman Brothers-Pleite erinnert. Ich erinnere mich da sehr, 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 sehr gut daran. Und wer sich mit dieser Thematik beschäftigt, der kann ganz eindeutig feststellen, dass das hier kein Zufall und auch kein Versehen war. Und die kleinste der großen Investmentbanken sozusagen scheitern zu lassen, war ein Signal, das einen Hinweis gegeben hat, Achtung, wie dramatisch ist einerseits die Situation und wir sind auch nicht bereit als Signal, um jeden Preis eine Bank zu retten. Das hat man ja früher immer als Grundlagevermutung oder als Grundvermutung angenommen. Und das wurde dann auf einmal ad absurdum geführt. Und wenn wir also jetzt die Situation ansehen, dann ist es eine andere. Wir haben jetzt einen Hinweis, Achtung, wir haben dann doch nochmal eingegriffen. Wir mussten eingreifen, aber wir mussten eingreifen in allerletzter Minute und wir hätten es beinahe verbockt. Das Englische Fund ist übrigens noch stärker gefallen in den letzten Tagen als der Euro. Und hier ist natürlich durchaus ein Hinweis verborgen für uns, dass wir tatsächlich offenbar in einer höheren Geschwindigkeit uns weiterentwickeln, was diese gesamte Finanz- und monetäre Problematik betrifft. Aber dass man diese Geschwindigkeit noch nicht außer Kontrolle geraten lassen möchte. Ganz spannend. Und ich weiß jetzt nicht, vielleicht hast du es ja mitbekommen, aber ich bin mir ganz sicher, die aller, aller, allermeisten haben davon gar nichts mitbekommen. Und hier will ich nochmal den Hinweis wiederholen. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Hinweis sich auch nicht an alle gerichtet hat. Das ist eher etwas für Insider. Und das ist auch natürlich eine Entwicklung, die wir auch an anderen Stellen sehen können, wo viele, viele, viele Insider auf einmal schockiert sind von diesen Entwicklungen. Und ich habe es in meinem letzten Video, glaube ich, gesagt, das Thema Schock ist immer eine wunderbare, gute Möglichkeit, jemanden in eine sogenannte Schockstarre zu bringen, um dann die die Geschehnisse sozusagen schockiert wahrzunehmen, aber selber handlungsunfähig zu werden. Und genau darum, denke ich, mir geht es auch. Ja, bringt mich gleich zum nächsten Thema. Es gibt eine Veränderung im Zusammenhang mit Edelmetallen. Und zwar hat man eine Veränderung begonnen, die innerhalb von wenigen Stunden Gültigkeit erlangen soll. Die Differenzbesteuerung beim Silber ist mit sofortiger Wirkung aufgehoben worden. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du weißt, was damit gemeint ist, aber ich will dir das ganz kurz in wenigen Sätzen zunächst erklären, aber ich will dir dann den Hinweis geben, was das bedeuten kann und was möglicherweise auch hinter dieser Streichung des Differenzbesteuerungsprivilegs steckt. Ein Gold, ein Silberhändler konnte bisher, oder nein, wir gehen noch einen Schritt weiter zurück. Beim Gold gibt es keine Mehrwertsteuer, die auf Gold sozusagen nochmal draufgeschlagen wird. Beim Silber aber schon. Der Hintergrund, ja, Silber ist auch ein Industriemetall, so rund die Hälfte des Silbervolumens, das gehandelt wird, landet nachher in der Industrie. Und entsprechend gibt es die Mehrwertsteuer. Nun haben die Händler aber die Möglichkeit, diese Mehrwertsteuer dadurch zu reduzieren, indem sie von anderen Händlern innerhalb der EU kaufen und dann die Mehrwertsteuer nur auf den Handelsgewinn anfällt. Und damit ist die Mehrwertsteuer sehr, sehr viel geringer und der Kunde kauft also sozusagen günstiger seine Silbermünze. Und das ist eine Möglichkeit, die durchaus natürlich auch wichtig ist in Zeiten, in denen die Aufschläge auf die Silbermünzen sehr, sehr hoch sind. Das müssen wir uns unbedingt noch anschauen. Das wird nämlich auch gleich noch ganz wichtig. Anders als beim Gold schlagen die Händler nämlich beim Silber richtig ordentlich ja einen entsprechenden Gewinn, den sie damit erreichen wollen, obendrauf. Beziehungsweise es gibt eben einen starken Aufschlag. Und der liegt beim Silber im Moment so rund bei 30, 35 bis zu 40 Prozent. Das ist also durchaus viel. Beim Gold, da liegt es so bei drei Prozent. Und jetzt kommen also nochmal 19 Prozent Mehrwertsteuer obendrauf, beziehungsweise die erhöhte Mehrwertsteuer gegenüber der bisherigen Anwendung der Differenzbesteuerung. Und damit wird Silber auf einmal sehr teuer. Silber ist ein hochinteressantes Metall. Und wir müssten wirklich ausführlich über dieses Thema sprechen, damit dir diese besondere Qualität des Silbers überhaupt bewusst werden kann. Vielleicht bist du aber auch im Thema. Ich will nur ein paar kleine Hinweise geben. Silber ist in der Industrie nicht durch irgendetwas anderes zu ersetzen. Es hat die beste Leitfähigkeit, sowohl was Elektrizität betrifft, als auch Wärme. Silber ist antibakteriell, wird benutzt für Beschichtung beispielsweise in Kühlschränken, aber auch im medizinisch-technischen Bereich. Silber hat enorm interessante Eigenschaften und kann, wie gesagt, nicht ersetzt werden durch irgendein anderes Metall. In jedem Handy, in jedem Computer ist Silber enthalten und ist wichtig, damit überhaupt ein solches Gerät produziert werden kann. Aber dennoch ist Silber wirklich sehr, sehr günstig, auch wenn man vergleicht mit den Anstiegen anderer Rohstoffe hat Silber die in den letzten Monaten nicht wirklich mitgemacht. Silber ist aber auch ein monetäres Metall, hat einen inhärenten Wert, hat also einen Wert in sich und ich erinnere mich in der Krise 2008 bis 2011, 2012, da ist Silber kräftig gestiegen und wir hatten einen Silberpreis von naja, so ungefähr 50 Dollar. Und aktuell liegen wir bei, ich meine 19,50 Dollar. Das heißt also, von diesen Höchstpreisen ist Silber noch weit, 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 weit entfernt gegenüber Gold. Gold steht jetzt so bei, ich glaube, 1665 und stand schon mal bei 2000. Aber dieser Abstand zwischen 1665 und 2000, naja, der ist nicht wirklich gering zu nennen, aber trotz alledem. Und wir sprechen jetzt immer von Dollarbasis. Auf Eurobasis sieht es noch anders aus. Da ist tatsächlich Gold gar nicht weit weg von den Höchstständen. Also Silber hat hier, könnte man meinen, eigentlich auch mehr Potenzial. Und Silber hat in seiner Geschichte immer einen Wert behalten auch oder gerade eben in entsprechenden Notzeiten. Genauso wie Gold. Es gibt übrigens, ich muss an dieser Stelle mal ein klein wenig Werbung sozusagen einblenden, ein Seminar in Form eines Online-Kurses, in dem ich genau über diese Thematik spreche. Aber nicht nur. In diesem Online-Kurs wird es in Immobilien gehen, es wird um Aktien gehen, es wird um Bitcoin und Co. gehen, es wird um Edelmetalle natürlich gehen, aber auch um andere Werte und ihre Entwicklung in diesen Zeiten. Und ich darf das jetzt schon im Vorfeld sagen, das ist wirklich ein kritisches und ein enorm bedeutsames Thema. Und wir erleben es ja gerade. Ich hatte es vorhin gesagt, Aktien haben jetzt in den letzten Wochen 36 Billionen, wie man sagt, an Wert verloren. Und in der Tat, für einige Menschen, die tatsächlich ihre Altersversorgung oder ähnliches auf dieser Basis hatten, aufbauen wollen, ist es ja dann wirklich ein echter Verlust. Und deswegen ist diese Thematik wichtig. Da haben wir uns sogar vier Kursabende dafür reserviert, um nicht nur über diese Themen zu sprechen, sondern auch über Möglichkeiten und Einschränkungen. Und das sehen wir jetzt. Und das Spannende an dieser Sache ist, dass diese Veränderung wirklich am Freitag bekannt gegeben wird mit sofortiger Wirkung. Das heißt also ab sofort, haben wir jetzt ein langes Wochenende, ab sofort kannst du Silber nicht mehr zu diesen Konditionen kaufen. Es verteuert sich für den Investor ganz erheblich. Und ich habe vorhin schon von den Aufschlägen gesprochen. 30, aber bis zu 40 Prozent. Und jetzt kommt noch die Mehrwertsteuer obendrauf. Und da werden viele Menschen sagen, naja, wenn ich mir den Wert anschaue, der an den Börsen verlangt wird und das, was ich zahlen soll, das ist ja ein Wahnsinn. Da habe ich ja ein riesiges Aufgeld. Und damit wird möglicherweise auch gehofft, dass Silber entsprechend Silber unattraktiver gemacht wird. Ich will jetzt nicht zu viel davon sprechen, aber du merkst, da gibt es eine Menge zu beobachten. Unter anderem natürlich auch die Silberbestände spielen da eine Rolle. Wie viel Silber ist denn momentan so verfügbar? Und es gibt die Comex, das ist die Rohstoffbörse, und da schwinden die Silberbestände aber ganz gewaltig, wie Butter in der Sonne. Vielleicht kein Zufall, oder? Also von daher ist das ein ganz spannender Hinweis. Zum einen, weil diese Geschwindigkeit damit einhergeht. Am Freitag kommt diese Änderung raus mit sofortiger Wirkung. Und jetzt ist Wochenende und du hast keine Zeit mehr darauf zu reagieren. Das ist ganz entscheidend. Die meisten haben die Vorstellung, ja, wenn sowas kommt, dann wird das angekündigt, dann kommt das in acht Wochen und dann kann ich ja noch reagieren. Pustekuchen. Und hier ist natürlich eine Frage, die sich aufdrängt zu betrachten, warum wird da so schnell agiert? Wie weit könnten in den nächsten Tagen die Entwicklungen gehen? Ich will dir, wenn ich darauf hinweise, wirklich keine Angst machen, oder ich will hier nicht irgendwie noch zusätzliche Sorgen schüren, aber ich möchte darauf hinweisen, der, der wegguckt, der wird trotzdem von der Welle erreicht, die er vorher nicht hat sehen wollen. Wichtig ist hinzuschauen und im Idealfall durchzublicken, hindurchzuschauen, das Theater zu erkennen, hinter der Leinwand die ärmlichen Akteure zu erkennen. Und ihre begrenzten Möglichkeiten, die sie hätten, wenn du nicht ins Kino gegangen wärst, wenn du dich nicht vor die Leinwand sitzen würdest und all das glaubst, was man dir dort präsentiert. Das ist es, was sehr, sehr viel an Energie transportiert und auch letztendlich diese Machtstrukturen überhaupt stabilisieren hilft. Und sie sind im Moment nicht stabil. Ja, ich könnte zu dem Thema noch viel, viel mehr sagen, aber das soll es erstmal gewesen sein. Vielleicht machen wir ja demnächst mal wieder bei Telegram einen Livestream. Zu diesem Thema würde sich das anbieten. Ich kombiniere das dann meistens mit einem Formular, über das du mir dann auch Fragen direkt mitteilen kannst. Dann können wir ein bisschen mehr uns diese Thematik betrachten und ein bisschen tiefer einsteigen. Ich will vielleicht nur eine nicht ausgesprochene Frage beantworten. Meinst du denn jetzt, dass das Thema Silber damit erledigt ist? Also sprich, würdest du kein Silber mehr empfehlen? Doch, absolut. Es ist relativ unerheblich, ob du für eine Silbermünze jetzt 28, 35 oder 39 Euro bezahlst. Ja, es ist ärgerlich. Du hättest vorher vielleicht ein paar Münzen mehr bekommen für das Geld, das dir zur Verfügung steht. Das ist ärgerlich. Aber ansonsten stellt sich eigentlich nur eine Frage. Willst du Silber haben oder nicht? Falls du in diesem Thema dich umgucken willst, empfehle ich dir noch eine Webseite. Das ist die Webseite gold.de. Das ist eine wunderbare Übersichtsseite und die hilft dir auch, dass du nicht irgendwo deutlich zu viel bezahlst. Du findest dort eine Übersicht über die günstigsten Händler aktuell mit einer Auflistung, in der du dann sehr schnell auch die Aufgelder zum Beispiel entdecken kannst. Das steht da direkt ausgewiesen. Ich bin mir eigentlich sicher, dass in den nächsten Stunden da einige Veränderungen auftauchen und die ein oder anderen Händler natürlich auch noch gar nicht informiert worden sind. Das ist ja auch ein spannender Punkt und wichtiger Faktor. Da wird so etwas beschlossen mit sofortiger Wirkung. Ja, aber es gibt noch gar keine wirkliche Veröffentlichung, die tatsächlich auch bis zu allen Händlern schaffen würde, damit die überhaupt informiert sind. Also das wird ein ganz schönes Chaos geben. Die müssen natürlich ihre Systeme umstellen. Also rechne mal damit, dass das in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen sich da noch einiges ändern kann. Und es dürfte dir klar sein, dass ich davon nicht profitiere, wenn du dir irgendwas in dieser Richtung kaufst. Es ist auch keine Empfehlung, wie man sich vielleicht sich wünscht, sondern einfach nur meine Interpretation. In dem Moment, wo es wirklich darum geht, wahre Werte zu haben, ist es wichtig, dass du die hast, dass du die bei dir hast, sozusagen in deiner unmittelbaren Nähe, dass du dann Zugriff hast und dass du überhaupt diese Art von Werten hast. Dass du nicht angewiesen bist auf ein rein fiktives System, das nur so lange Werte repräsentiert, solange es eben nicht umgestellt wird. Und das kann ganz, ganz, ganz schnell gehen. Es werden jetzt beispielsweise auch, ich meine auch ja in England, richtig, in England werden jetzt einige Scheine aus dem Verkehr gezogen. Die werden komplett ungültig. Wenn du diese Scheine noch hast, hast du Pech gehabt. Es gibt in der Regel noch eine Übergangszeit. Du kannst ja sogar heute noch D-Mark-Scheine umtauschen in Euro. Das geht noch, aber das bedeutet nicht, dass das so sein muss. Und in England ist es nach meiner Kenntnis auch nicht der Fall. Geht, glaube ich, um die 20 und 50 Pfund Scheine. Bin mir nicht ganz sicher. Kannst du selber mal recherchieren. Ja, dann lass mich dir zum Abschluss noch mal ein paar positive Dinge sagen. Ein paar Hinweise geben, die vielleicht auch dabei helfen, dass du diese Chance erkennst, die jetzt in dieser Zeit steckt. Weißt du, wir müssen im Grunde genommen permanent in einem System mit aktiv sein, dadurch, dass wir so stark eingebunden sind auf diesem Spielfeld. Für die allermeisten Menschen beginnt der Tag schon damit. Klingelt der Wecker und dann müssen sie ins Büro oder in die Fabrik oder wo auch immer sie arbeiten. Und all diese Dinge bilden einen so festen Rahmen, dass da wenig Zeit und Raum bleibt, um sich überhaupt mit sich selber zu beschäftigen. Und das musst du dir wirklich mal genau bewusst machen. Ich habe eigentlich für mich selber am allerwenigsten Zeit. Ich habe vor Jahren schon einmal ein Zitat gelesen, das in etwa so lautete, jemand, der weniger als die Hälfte seiner Zeit für sich selber hat, ist ein Sklave. So frei interpretiert jetzt. Und genau so ist es. Und das muss uns bewusst sein. Und diese Zeit jetzt hier, die natürlich auch wirklich mit vielen, vielen erkennbaren Entwicklungen uns besorgt und uns Hinweise darauf gibt, dass sich ganz, ganz, ganz viel ändern kann und dass das Leben morgen vielleicht ein ganz anderes ist, treibt die meisten Menschen noch stärker in diese Position, das Außen zu beobachten und innerhalb des Spielfeldes hektisch herumzulaufen. Aber in Wahrheit ist das jetzt der Moment, der dich dazu bringen kann, zu sagen, Moment, inwieweit bin ich überhaupt noch bereit, auf diesem Spielfeld mich einbinden zu lassen, in dem andere Regeln machen, die sich ganz offenkundig sogar noch einmal von den veröffentlichten und öffentlichen Regeln unterscheiden. Denn wenn wir uns umschauen, merken wir auf einmal, dass vieles, was uns gesagt wird, jetzt auf einmal ad absurdum geführt wird. Überall. Die meisten Menschen bringt es dann dazu, dass sie, wenn sie das bemerken sollten, sauer werden, dass sie protestieren, die sagen, Moment mal, die Regeln müssen eingehalten werden. Die wollen dann auf die Straße gehen und ein Schild hochhalten, das steht dann drauf. Die Spielregeln sind einzuhalten. Das Problem ist, dass sie die Spielregeln aber gar nicht kennen. Dass sie nur bemerken, dass die Spielregeln, von denen sie geglaubt haben, dass sie Gültigkeit haben, nicht eingehalten werden. Das ist schon mal das allererste. Und das Zweite zeigt natürlich auf, dass du nicht selber über dein Leben bestimmen kannst. Dass du darauf angewiesen bist oder meinst, angewiesen zu sein, dass andere die Begleitumstände so schaffen, dass du dann ein Leben leben kannst, das dir ein bisschen komfortabler scheint, ein bisschen angenehmer scheint, ein bisschen mehr Sicherheit verspricht. Es geht um dein Leben. Ist es das, was du willst? Vor allen Dingen ist es das, was so einfach immer mehr sich deinem eigenen Einfluss entzieht und in dem immer mehr Übergriffigkeiten so deutlich sichtbar werden. Und für mein Verständnis drängt sich jetzt hier eine Frage auf und die lautet, wer bin ich eigentlich in diesem System? Das, was wir momentan erleben, ist ein Umbau des Systems der Menschenhaltung. Das ist das, was jetzt passiert. Das System wird umgebaut. Das gibt dir eine einmalige Gelegenheit, während dieses Umbaus dir selber klar zu werden, wo du hingehen willst oder wo du stehst und was du vom Leben erwartest. Gerade jetzt. Ein altes System wird abgerissen, auch wenn das viele noch nicht sehen können. Und ein neues System wird aufgebaut. Und du solltest dir sehr, sehr genau überlegen, wo du selber stehen willst in dieser Zeit. Es gibt keine bessere Zeit als diese, um sich mit diesen Fragen zu beschäftigen und auch keine Zeit, in der das wichtiger ist. Und wenn ich dir diese Hinweise hier gebe, dann gebe ich dir die deswegen, um dir wirklich ganz klar einfach ein Stück weit Impulse zu geben, damit dir das auch bewusst wird. Damit du ein Zeitzeuge wirst. Und damit du auch einen Blick nach innen wirfst, auf deine eigene innere Kraft, deine eigene innere Stabilität. Das ist von großer und wichtiger Bedeutung. Jetzt habe ich beinahe wieder etwas vergessen. Jetzt sind wir ja schon ganz am Schluss dieses Videos angekommen. Und ich wollte das gleich am Anfang sagen und habe es doch verschwitzt. Oliver Janich ist ja inzwischen schon wochenlang in Haft auf den Philippinen. Und das ist auch wirklich ein Signal, das so wichtig ist und so deutlich ist, wie rigide und wie radikal gegen diejenigen vorgegangen werden, die ihren Mund aufmachen, die auf bestimmte Missstände hinweisen, die eine ganz wichtige Arbeit leisten und die, wie ich meine, gerade in dieser Zeit auch ihren Beitrag dazu leisten können. Diejenigen, die wirklich noch ganz starke Mainstream sind, mit Impulsen zu versorgen und ihnen Hinweise zu geben, sodass in ihnen selber dieser Entwicklungsprozess stattfinden kann. In Wahrheit muss dieser Prozess immer in dir stattfinden, immer in dir stattfinden. Aber der Impuls, der jetzt von außen an uns herangetragen wird, der reicht offenbar in der Form und Deutlichkeit, wie er auf der Bühne präsentiert wird, für viele noch nicht aus. Viele brauchen diese Interpretation, brauchen diese Hinweise, brauchen auch eine Ermunterung dahingehend, dass sie hören, ich bin nicht alleine mit dem, was ich hier tue. Es gibt noch mehr Leute, die das aussprechen. Und ich finde das enorm wichtig und von daher verlange ich natürlich ganz klar, wie alle anderen auch, lasst Oliver Janich frei. Das ist etwas, das in dieser Zeit leider, leider nicht der letzte und auch nicht der letzte Aufruf sein wird, hier in diesem Zusammenhang. Und dann, das Zweite, was ich jedes Mal versäume, ist nahezu 51.000 Abonnenten. Das finde ich großartig. Und ich bedanke mich bei jedem Einzelnen für sein Interesse, denn es ist nicht ein Dankeschön dafür, dass du meine Videos siehst, sondern ein Dankeschön dafür, dass du mit dabei bist, bei dir selber etwas in Bewegung zu setzen, dass du dabei bist, in dir selber diese Impulse zu verwerten, dass du dich mit diesen Themen beschäftigst. Und das finde ich großartig und ich freue mich, dass es so viele inzwischen sind. 51.000 Abonnenten, ein ganz großes Dankeschön. Und natürlich auch die Ermunterung, falls du noch kein Abonnent bist, dann kannst du das jetzt natürlich gerne nachholen. In den nächsten Tagen habe ich mir vorgenommen, will ich Videos machen, die nicht so sehr in diese wirtschaftliche Richtung gehen. Aber heute fand ich das einfach wichtig, dich darauf aufmerksam zu machen, wie extrem diese ganze Gemengelage wohl schon vorangeschritten ist. Und auch dieser Hinweis, den ich dir zum Schluss gegeben habe mit dem Wegfall der Differenzbesteuerung beim Silber. Wir können im Moment aus unserer Perspektive nur erahnen oder vermuten, wo wir hier stehen in dieser ganzen Entwicklung, wie weit wir weg sind von dem Moment, wo die Comicfigur nach unten guckt und merkt, dass sie schon lange über der Schlucht schwebt. Und in dem Moment weißt du, was passiert. Es geht radikal nach unten. Und dieses nach unten stürzen, ist letztendlich das Abstürzen auch eines Systems, das seine Halbwertheit längst überschritten hat. Und gleichzeitig gilt auch für die eigene Sichtweise in dir. Stell alles auf die Probe. Was passt nicht mehr zu dir? Was kann heute und sollte und muss heute anders betrachtet werden. In diesem Sinne wünsche ich dir dabei viel, viel Erfolg als Liebe. Namaste und Namaska.